Jan Emmens, einer der bedeutendsten Rariner Töpfer mit seinem Meisterstück. 20 Kilo Ton, die den tagelangen Brand im Ofen heil überstanden haben. Eine Leihgabe des Bayerischen Nationalmuseums in München. Rariner Steinzeug gilt in ganz Europa als kunsthistorischer Schatz. Aus dem Louvre in Paris kommen die beiden Schnabelkannen. Erbstücke der Bankiersfamilie Rothschild, 1572 vermutlich als Auftragsarbeit von Jan Emmens angefertigt. Jetzt kann Raren erstmals die Prachtexemplare sehen, denn die gingen in alle Welt. In Raren zurück blieben die Fehlbrände. Wir können auf jeden Fall sagen, dass die jetzige Ausstellung eine Ergänzung zu unserer Dauerausstellung ist. Das Raren Museum ist auf jeden Fall ein sogenanntes Referenzmuseum. Das heißt also, sie können hier die ganze Kontinuität der Töpferei vom 12. und 13. Jahrhundert an ausgehend bis ins 17. und 18. Jahrhundert dokumentieren. Und das ist natürlich auch für die anderen Museen sehr wertvoll. Steinzeug war schon damals vielfältig. Figuren als Spielzeug oder Pfeife. Der Ton macht im wahrsten Wortsinn die Musik. Oder eine Schnapsbibel als unauffälliger Ersatz für einen Flachmann. Handwerklich entwickelten die meiste ihre Technik bis hin zu Doppelringkrügen. Jahrzehntelang verfeinerten sie in Raren ihr Können, verzierten mit Bildern und scheuten nicht zu provozieren. Die Bauernhochzeit zeigt Herrschaften im feinen Zwirn, gleich daneben übergibt sich einer der Gäste. Im Alkohol waren schon damals alle gesellschaftlichen Schichten gleich. Museumsdirektor Ralf Menneken schafft mit seinem neuen Buch eine Gesamtübersicht. Erstmals führt er die zum Teil unterschiedlichen Erkenntnisse von Archäologen, Kunsthistorikern und Keramikern zusammen. Neue Erkenntnisse gibt es zum Beispiel im Bereich verschiedener Formen. Vor allem was den Niedergang des Raren- und Töpferreigewerbes angeht. Aber auch im Zusammenhang mit Dokumenten, die im 19. Jahrhundert schon einmal veröffentlicht worden sind. Wo sehr detailliert der Einfluss von politischen Systemen, beispielsweise der französischen Republik, auf solche Handwerkszweige dargelegt wird. Und wo gezeigt wird, wie Raren eigentlich zugrunde gegangen ist, während Eupen als Textilstadt ihren Aufschwung nahm. Auch eine Gesamtbetrachtung des Werks von Jan Emmons hat es bislang noch nicht gegeben. Das Buch soll Fachleute ebenso ansprechen wie Laien oder Ostbelgier, die an ihrer eigenen Geschichte interessiert sind. Auch wenn Steinzeug kein Massenpublikum anzieht, bleibt es das kunsthistorisch wertvollste Exportprodukt unserer Region. Rarener Schätze kehren heim, noch bis Ende März zu sehen im Rarener Töpferreimuseum.